Seit zwei Jahren sind wir nicht nur eine Tennis-Hochburg hier, sondern ich glaube, wir haben ein einmaliges Tenniskonzept hier und zwar ist es einmalig in der ganzen Touristik überhaupt. Es ist nämlich eine gelungene Kombination zwischen Entertainment, Ambiente, Innovation und das gekoppelt mit wirklich hochklassigen Tennis, mit exzellenten Tennistrainern. Und das als Konzept zusammenzufassen, das kann nicht jeder. Ich glaube sogar, das können nur die zwei und wir hatten das Glück, zwei Jahre lang in diesen Genuss zu kommen. Ich muss sagen, Sie können es eigentlich nur machen, weil es sind Paradiesvögel, anders geht es gar nicht. Und ich glaube, ein Paradiesvogel, wie der Name auch schon sagt, die kann man nicht einsperren, einfach so im Käfig. Die müssen fliegen und die bleiben irgendwann irgendwo und dann genießt man sie und dann, wenn sie weiterziehen wollen, dann muss man sie ziehen lassen, auch schwer im Herzen. Es war eine tolle Zeit mit euch beiden. Ihr habt ganz, ganz viel tolle Spirits zu uns reingebracht und ich bin wirklich stolz, dass ich auch meine Zeit lang ein kleines Konzept habe miterleben dürfen. Vielen Dank. Toni und Akan. Jetzt kommen wir hoch zu mir. Und dann kommen wir hoch zu mir. Und dann kommen wir hoch zu mir. Und dann kommen wir hoch zu mir. Mein Bruder ist auch da. Und es ist natürlich an so einem wunderschönen Abend, Galaabend, euer Schülzeabend. Es ist sicher für uns, dass wir euch die Zeit brauchen wollen. Und ein Galaabend, der jetzt schon angesagt und abgesagt ist. Wir denken jetzt nicht, nein, wir wollen die noch mal gefeiert werden. Susan, Berger und ich haben uns andere Gedanken gemacht. Heute im Team, habe ich schon ein paar Worte gesagt, in dem wunderschönen Team-Meeting. Und ich, liebe Susan, bei uns, sagt man Trikottausch, Dr. Jörg, Dr. Baum. Und wo ist Dr. Jörg, Dr. Baum? Da. Dr. Jörg, Dr. Baum. Wir haben auch immer besser. So, das S steht nicht nur für Susan, nicht nur für Säusal, sondern auch für Suchan. Das ist Susan. Das ist ein Wunderschönen Tag. Das ist ein Wunderschönen Tag. Das ist ein Wunderschönen Tag.